Moin Moin, guten Tag, grüß Gott, servus, habe ich glaube ich alles durch. Das ist schon da, ja, das ist ein ganz merkwürdiges Setting hier mit einem Screen, der so nach hinten wie in so einen Schuhkarton irgendwie rein ist und ich sehe ihn gar nicht. Ich gucke jetzt hier drauf, gucke sie an und erzähle ihnen was über soziale Medien als Intermediäre der Meinungsbildung und Nachrichtenvermittlung. Also ein ganz anderes Thema, aber doch eins glaube ich, was wir dann nachher wieder zusammenbinden können, denke ich. Genauer gesagt möchte ich kurz über einige empirische Daten zu Praktiken des Informationsverhaltens Ihnen vorstellen. Dann werde ich im Mittelteil etwas ausführlicher über die Medienlogik der sozialen Medien als Intermediäre sprechen und am Ende noch eine Paradoxie aufzeigen mit der Frage, so what? Zu den Daten und das sind brandneue Daten. Sie sind tatsächlich die ersten Menschen in Deutschland, die diese Zahlen präsentiert bekommen. Das sind nämlich Daten aus dem Digital News Survey unter Federführung des Reuters-Instituts in 20 europäischen und außereuropäischen Ländern zeitgleich durchgeführt wird. Darunter ist auch Deutschland. In Deutschland bearbeiten die Studie zwei Kollegen von mir. Die haben in netter Weise vorab eben auch in der Vorbereitung für die Präsentation schon mal Zahlen gegeben. Und die Studie ist heute veröffentlicht worden. Also Sie können heute auch auf Twitter, auf der Homepage vom Institut oder vom Reuters-Institut die ausführlichen Studienergebnisse nachlesen. Ich habe mir hier zwei Folien rausgegriffen, um nochmal zu verorten, welche Rolle denn das Internet und die sozialen Medien für die Nachrichtennutzung spielen. Also ein bisschen die Frage, die vorhin so eher anekdotisch oder zufällig hier im Raum gestellt wurde, wo informieren Sie sich? Hier auf repräsentativer Grundlage, repräsentativ für die deutsche Internet-Nutzerschaft, nicht für alle Deutschen, sondern für die 75 bis 80 Prozent Deutschen, die das Internet nutzen. Die Hauptnachrichten, die wurden eben gefragt, über welche Quellen informiert ihr euch über Nachrichten? In einem relativ weit verstandenen Sinne, aber also Nachrichten dann im journalistischen Verständnis durchaus. Die Hauptnachrichtenquelle dieser Studie zufolge ist das Fernsehen. Mehr als die Hälfte der deutschen Online-Nutzerschaft sagt, Hauptnachrichtenquelle für mich ist das Fernsehen. Aber immerhin schon ein Viertel nennt Internetquellen und dann 12 Prozent Radio, 8 Prozent Print, 2 Prozent Sonstige. Wenn man das nach dem Alter aufschlüsselt, ist das, was man vielleicht erwarten würde. Das Internet ist in den jüngeren Altersgruppen wichtiger als in älteren. Richtig schöne lineare Zusammenhang. Insbesondere bei den 18 bis 24-Jährigen sagt schon mehr als die Hälfte, das Internet ist die wichtigste, die Hauptnachrichtenquelle. Das geht dann eben in den Altersgruppen. Je älter die Gruppe, desto geringer ist der Anteil. Und man kann auf Grundlage der Daten auch diese Kategorie, das Internet, nochmal aufschlüsseln. Das heißt, die nächste Folie bezieht sich nur immer auf diese grünen Werte und schlüsselt das auf. Also die 26 Prozent bezogen auf alle, die nochmal aufgeschlüsselt. 16 Prozent, in diesen 26 Prozent, sind traditionelle Anbieter online, Spiegel Online, Zeit Online, Tagesschau.de etc. 6 Prozent sind soziale Medien und Blogs, 3 Prozent sind andere Quellen. Also anders ausgedrückt, 6 Prozent der deutschen Internetnutzer, insgesamt der deutschen Internetnutzer ab 18, sagen, ihre Hauptnachrichtenquelle sind soziale Medien. Und wenn man das nach dem Alter aufschlüsselt, die Balken sind unterschiedlich lang, weil wir ja gesehen haben, dass der Anteil des Internets als wichtigste Nachrichtenquelle unterschiedlich groß ist. Bei den 18 bis 24-Jährigen sind 16 Prozent, die sagen, soziale Medien sind für mich die Hauptnachrichtenquelle. Also 16 Prozent der 18 bis 24-Jährigen in Deutschland, wo wir jetzt mal ausgehen, die nutzen alle das Internet, sagen für sie, die Hauptnachrichtenquelle sind soziale Medien. Ich könnte den ganzen Vortrag oder den ganzen Nachmittag jetzt mit noch mehr Daten aus dieser Studie bestreiten, das will ich Ihnen ersparen, sondern will über die sozialen Medien sprechen. Was sind denn die sozialen Medien? Ich habe Ihnen hier rechts einige, die auch in der Studie abgefragt wurden, auch nochmal die Logos aufgezeigt. Da steht auch jeweils dabei, was das ist. Der weiße Geist im gelben Kästchen ist Snapchat, falls Sie das Logo nicht kennen. Diese sozialen Medien fungieren als Intermediäre in der Nachrichtennutzung, weil sie selber keine eigenen Nachrichten erstellen und bereitstellen, sondern Kanäle, Informationen aus Kanälen anderer Akteure bündeln. Das können professionelle Nachrichtenanbieter sein, publizistische Medien, die zum Beispiel einen Facebook-Account haben oder Videos auf YouTube einstellen oder jetzt auch mit Snapchat experimentieren. Das können aber auch Kanäle sein, die von nicht-journalistischen Akteuren kommen, von politischen Parteien und Politikerinnen oder auch von Privatpersonen. Das heißt, die Intermediäre, ganz wichtiger Punkt, generieren selber keine Inhalte, aber sie schaffen die Voraussetzung, dass man sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Kanälen informieren kann. Wie diese Vermittlungsfunktionen, die diese Intermediäre erbringen, wie die nun im Einzelnen aussieht, das kann man nicht sozusagen, also kann man nicht eins zu eins für alle gleichermaßen beantworten. Da muss man jeweils drauf schauen, wie sind diese Plattformen softwaretechnisch im Detail gestaltet, wie funktioniert das, wie ist das Interface, was wird da dargestellt. Also YouTube sind es Videos, bei Twitter sind es kurze Nachrichten zum Beispiel, kurze, maximal 140 Zeichen. Die Intermediäre haben jeweils unterschiedliche ökonomische Strategien, die können im Detail vielleicht unterschiedliche Monetarisierungsmodelle verfolgen und die Intermediäre zeigen jeweils auch unterschiedliche Nutzungspraktiken oder ermöglichen unterschiedliche Nutzungspraktiken. Wie genau also Facebook im Vergleich zu Snapchat, sagen wir mal, als Intermediär fungiert, das müsste man eben dann im Detail anhand dieser verschiedenen Dimensionen untersuchen. Man kann aber, wenn man sich die Intermediäre und die sozialen Medien insgesamt anschaut, meiner Ansicht nach drei zentrale Prinzipien identifizieren, die sozusagen die Medienlogik oder die Intermediärslogik dieser sozialen Medien ausmachen. Die will ich jetzt nach und nach durchgehen. Das erste Organisationsprinzip ist sozusagen die Dualität von Ent- und Neubündelungen. Also Intermediäre fördern die Entbündelung von Informationen, weil sie ja Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen im Sinne von Micro-Content, wie es dann heißt, zusammenziehen. Also bei Facebook ist die kleinste Einheit der einzelne Status-Update, der einzelne Facebook-Beitrag. Bei Twitter ist es der einzelne Tweet. Die einzelnen Status-Updates, sagen wir mal, von der Tagesschau, von der Tagesschau-Seite auf Facebook, die werden als einzelne Status-Updates geliked, geschert, kommentiert etc. Das ist also mit Entbündelung gemeint. Zugleich werden die aber neu gebündelt. Sie werden in der Regel in solchen dynamischen Streams oder Feeds, wie man es hier rechts bei Twitter sieht, neu zusammengefügt. Das führt also dazu, dass der Informationsfluss oder die Art, wie ich Informationen als Nutzer konsumiere, anders funktioniert, als ich es von klassischen Rundfunk oder Printmedien kenne, wo es eben rhythmische Informationsbündel oder Informationsrhythmen gibt. Niemand würde bei Twitter sagen, es ist 20 Uhr, mach mal Twitter an. Oder ich lese mal die Sonntagsausgabe von Facebook, die hat so einen schönen Reiseteil. Sondern bei Facebook, bei Twitter etc. ist eben der Stream oder der Feed. Ich kann ständig dort eintauchen und schauen, was passiert gerade. Was gibt es Neues? Was sind die neuen Informationsquellen oder die neuen Informationseinheiten und sozusagen Informationsschnipsel, die mich aus den unterschiedlichen Quellen erreichen. In diese Neubündelung fügen intermediäre Filterprinzipien ein. Und die Filterung geschieht eben in der Regel nicht redaktionell, wie wir es auch bei klassischen publizistischen Medien kennen, wo ja auch gefiltert wird, also Stichwort Gatekeeping der Journalisten, die ja auch für uns filtern, was ist relevant, was ist nicht relevant. Intermediäre filtern in diesen Streams in aller Regel algorithmisch. Algorithmisch ist so ein Zauberwort, das kann alles und nichts bedeuten. Algorithmisch kann zum Beispiel bedeuten, wie wir es hier rechts sehen, es wird gefiltert, indem das Neueste jeweils oben angezeigt wird. Das ist sozusagen eine Entscheidung oder ein Kriterium, das ist in das Funktionsprinzip eingebaut. Es sind auch andere Logiken denkbar. Die Informationen könnten auch alphabetisch sortiert sein. Oder irgendwie nach Länge der Zeichen in einem Text. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, dass ein zentrales Prinzip des Filterns eben das chronologische ist. Das jeweils Neueste steht oben. Aber ob dieses Kriterium nun als einziges gilt oder ob andere Kriterien hinzukommen, das ist jeweils auch im Einzelfall sozusagen für die einzelnen Intermediäre zu untersuchen. Es bleibt interessanterweise, wenn man genau hinschaut, oft auch intransparent. Man weiß dann so grob, naja, hier, gut, da gibt es eine chronologische Filterung und Bündelung. Man weiß, komme ich auch gleich auf der nächsten Folie dazu, es gibt auch sowas wie Personalisierung. Aber wie das genau funktioniert, welche Parameter nun im Detail gesetzt werden, wie die möglicherweise auch gewichtet werden bei der Selektion und Filterung, das bleibt für uns in aller Regel intransparent. Teilweise, weil wir es technisch nicht verstehen, ganz banal gesagt. Ich schließe mich da auch gerne mit ein. Diese Algorithmen sind eben technisch auch in ihren mathematischen Grundlagen inzwischen teilweise so komplex und wenn wir, Stichwort selbstlernende Algorithmen, auch teilweise für die Entwickler selber gar nicht in ihren Konsequenzen, in ihrem Ablauf mit durchschaubar. Also ein Problem, Komplexität. Das andere Problem ist, diese Algorithmen sind in der Regel sozusagen ein Geschäftsgeheimnis der Betreiber. Also wenn wir uns mal von den Intermediären lösen und uns Google anschauen, da ist es ganz offensichtlich, dass der genaue Such- und Darstellungs- und Rankingsalgorithmus eben für Google ein ganz wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts und damit ökonomisch wertvoll ist. Ich hatte jetzt gerade schon das ganz wichtige Prinzip der Personalisierung angesprochen. Das ist nämlich das zweite Organisationsprinzip, was wir eigentlich durchgängig bei allen sozial-medialen Intermediären sehen. Die Intermediäre fördern auf jeweils eigene Art die Personalisierung von Informationsprogrammen, Informationsrepertoires oder Informationswelten, in denen wir uns bewegen. Sie fördern das erstens, indem sie mir als Einzelperson die Möglichkeit geben, dass ich mir selber mein eigenes Informationsnetzwerk zusammenstelle. Dass ich auf Facebook entscheide, mit wem bin ich befreundet. Und diese Entscheidung, mit wem bin ich befreundet, fügt meinem eigenen Nachrichtenstrom eine neue Quelle hinzu, weil ich in meinem Facebook-Stream eben Updates von dieser Person oder diesem Medien-Account oder dieser politischen Partei sehe. Gleiche bei Twitter. Was ich auf Twitter zu sehen bekomme, wenn ich nicht gezielt nach bestimmten Schlagworten suche, ist das, was die Accounts, denen ich folge, ebenso im Laufe der Zeit twittern. Und dieses Kontakt- oder Quellennetzwerk, wenn man es mal so nennen mag, das also meinen eigenen Informationsstrom speist, das ist eben auch einzigartig. Das ist meins. Das ist meine persönliche, wenn man so will, meine persönliche Zeitung, meine persönliche Nachrichtenzentrale. Niemand anders auf der Welt wird vermutlich genau dieses gleiche exakte Nachrichten- oder Quellenrepertoire haben. Also erste Facette der Personalisierung. Und die zweite ist, dass die Algorithmen eben verstärkt, seit einigen Jahren verstärkt, eben auch mein eigenes früheres Verhalten oder meine Präferenzen, meine Vorlieben, vielleicht auch meine politischen Haltungen mit einbeziehen, um mir weitere Inhalte vorzuschlagen. Das, ich habe jetzt mal hier einen Ausschnitt genommen, aus einem etwas anderen Kontext, nämlich von einer Wissenschaftlerplattform, wo aber auf der Grundlage meines eigenen Verhaltens mir neue Kolleginnen und Kollegen vorgeschlagen werden, denen ich ja auch dort auf dieser Plattform folgen könnte. Das heißt, die Algorithmen analysieren mein Verhalten, meine Selektionsentscheidungen, bei Facebook dann auch, wo kommentiere ich, wo klicke ich auf gefällt mir oder nicht, und beziehen das mit ein, um mir dann ständig eben auch neue Informationen vorzuschlagen, von denen sie auf, also sozusagen der Algorithmus oder die Entwickler dieses Algorithmus ausgehen, dass das eine Relevanz für mich hat, weil es dem ähnelt, was ich in der Vergangenheit schon geliked, kommentiert oder rezipiert habe. Das Versprechen, was in diesen beiden Facetten von Personalisierung drinsteckt, ist ja, dass ich als einzelne Person bessere, relevantere, für mich irgendwie wichtigere Informationen bekomme. Das ist, da ist zunächst mal nichts gegen zu sagen. Das ist was, also wenn ich die Wahl habe zwischen besseren oder schlechteren Informationen, würde ich mich in aller Regel für die für mich besseren Informationen, also passenderen, relevanteren Informationen entscheiden. Auf einer überindividuellen, also gesellschaftlichen Ebene kann das aber zu einer Situation führen, die so unter dem Stichwort Filterblase, Filterbubble diskutiert wird, nämlich, dass wir Gefahr laufen, uns in abgeschottete Informationsblasen zu begeben, in denen wir vielleicht gar nicht mehr so unbedingt mitbekommen, was nun andere Menschen auch in dem Moment gerade zu lesen bekommen oder was denen gefällt. Also im Extremfall, dass jeder Einzelne in seiner eigenen personalisierten Informationsblase lebt und nur noch das zu sehen bekommt, was ihm oder ihr gefällt und überhaupt nicht mehr mitbekommt, dass es vielleicht auch noch andere Meinungen, andere Informationen, andere Ereignisse gibt. Jetzt die Zeit für einen kleinen Exkurs zu diesen Filterblasen, um das nochmal, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Prinzip oder ein ganz, ganz wichtiges Phänomen ist. Damit verwandt auch der Begriff der Echokammer. Das sind beides Begriffe dafür, wie ich gerade geschildert habe, für Kommunikationsräume, die in den sozialen Medien entstehen könnten, in denen sich Menschen langsam, schleichend, nur noch mit solchen Informationen konfrontiert sehen, die deren eigenes Weltbild bestätigen. Auf der Grundlage dessen, was sie in der Vergangenheit eben schon gemocht oder kommentiert oder irgendwie favorisiert haben. Dahinter, also hinter dieser Diagnose oder hinter diesem Szenario von den Filterblasen und Echokammern stecken letztlich drei unterschiedliche Mechanismen. Das Erste sind psychologische Faktoren, die dazu führen könnten. Das ist so das Stichwort Selective Exposure, dass Menschen also gezielt oder gezielt Informationen aussuchen, dass sie bestimmte, auch kognitiv, also kognitiv bedingt, nicht ständig immer nach allen möglichen Informationen suchen, sondern bestimmte Routinen entwickeln, bestimmte Gewohnheiten entwickeln. Dass es sowas wie die Tendenz gibt, nach Informationen zu suchen, die die eigene Meinung bestätigen oder Tendenz der Vermeidung von kognitiver Dissonanz. Das sind alles Elemente, die auf psychologischer oder auf einzelindividueller, kognitiver Ebene wirken, dass Menschen sich vielleicht auch unwissentlich in solche Filterblasen und Echokammern begeben könnten. Damit verbunden sind soziologische Faktoren. Das ist in der Soziologie, auch in der Netzwerkforschung spricht man da von der Homophilie, also von der Tendenz, gleich und gleich gesellt sich gern, ist so der umgangssprachliche Begriff, dass Menschen sich nicht nur im Netz, sondern generell mit Menschen umgeben, die ihnen ähnlich sind. Und die also eine ähnliche Lebenslage aufweisen, ähnliche Interessen, vielleicht ein ähnliches Weltbild, ähnlichen soziokulturellen oder soziodemografischen Hintergrund. Und das wird in den sozialen Medien, die ja viel mit Beziehungspflege und der Pflege von sozialen Netzwerken zu tun haben, kommt das ins Spiel, weil man sich in den sozialen Medien tendenziell eben auch dann mit den Leuten umgibt, die einem ähnlich sind. Die Freunde, die Bekannten, das erweiterte Netzwerk. Weniger vielleicht mit Leuten, die komplett anders sind als man selbst. Und das Dritte sind dann die technischen Faktoren. Da kommen dann diese algorithmischen Filter und Selektionsmechanismen ins Spiel, die ich gerade schon beschrieben habe. Wenn man diese Faktoren zusammennimmt, bestimmte kognitive Muster und Mechanismen der Informationssuche und Informationsverarbeitung, die Einbettung des eigenen Informationsverhaltens in die sozialen Netzwerke und Gruppen, in die ich eingebunden bin, und das Ganze sozusagen nochmal verstärkt durch Algorithmen, die darauf gucken und bestimmtes Verhalten eben verstärken, dann landet man letztlich bei diesen Filterblasen oder Echokammern. Ich habe hier die beiden Abbildungen. Wenn Sie sich fragen, was sehen wir denn da? Das obere ist eigentlich fast schon ein ikonisches Bild, so aus der Social-Media-Forschung. Das stammt aus den frühen 2000er-Jahre, wo politische Blogs in den USA untersucht wurden. Inwiefern die politischen Lagern zugehörig sind. Das linke sind die Demokraten, also US-demokratische Blogs. Das rechte, das rote sind republikanische Blogs. Und es wurde untersucht, wie die untereinander verlinken, wie die aufeinander Bezug nehmen. Und man kann hier, das kann man hier nur ahnen, man sieht die Verbindung ja nicht im Detail, aber die Studie hat eben erbracht, dass es schon 2004 in der Blogosphäre in den USA zwei ganz klar erkennbare sozusagen politische Lager auch in der Blogosphäre gab, die von den Autoren damals auch schon so als Echokammern interpretiert wurden. Wo also bestimmte Positionen je nach Lager oder bestimmte Informationen je nach Lager immer nur in der einen Art und Weise diskutiert wurden. Nur bestimmte Informationen aufgegriffen und thematisiert wurden und sich das eben wie in so einer Kammer mit so einem Echo eben immer wieder verstärkte, weil man nur aufeinander Bezug genommen hat, ohne mal andere Meinungen und Positionen reinzuholen. Und das untere, ein anderes Beispiel für eine Echokammer sind Zugriffe auf die Facebook-Seite von Pegida. Im Jahr 2015, das sind unten, kann man wahrscheinlich schlecht sehen von da hinten, unten sind die Monate des Jahres 2015 abgetragen und dann von unten nach oben. Das unterste sind die Anzahl der Personen, die kommentiert haben, das mittlere ist die Anzahl der Kommentare und das oberste sind die Anzahl der Shares, also Weiterleitung von Artikeln. Und wir sehen hier, dass also im Laufe des Jahres 2015 es so eine Konjunkturwelle auf der Pegida-Facebook-Seite gegeben hat. Die Konjunkturwelle an sich interessiert mich hier nicht, mich interessiert dieser Peak, weil der dafür, der sozusagen verdeutlicht, dass die Pegida-Bewegung auf Facebook sich eben dort einen eigenen Kommunikationsraum geschaffen hat und der, das weiß man auch aus Analysen, der eben ganz stark im Sinne einer Echokammer fungiert. Dort bestärken sich die Menschen dort in ihrer eigenen Haltung zu den Themen, die dort aufgegriffen wurden, Stichwort, muss ich nicht wiederholen, also Flüchtlinge etc. Da werden andere Meinungen nicht zur Kenntnis genommen. Da werden Themen oder Berichterstattungen aus Medien so aufgegriffen, dass sie das eigene Weltbild bestätigen, notfalls auch so umgedeutet oder so interpretiert oder in so ein Licht gestellt, dass sie das eigene Weltbild bestätigen. Das ist in wirklich einer ganz knappen Form das Argument oder der Argumentationsgang, warum es in den sozialen Medien zu solchen Filterblasen oder Echokammern kommen kann. Ich sage kommen kann, denn es ist tatsächlich so, dass es inzwischen dazu natürlich eine Reihe von empirischen Studien gibt, die aber kein ganz einheitliches Bild zeigen. Es gibt die Beispiele für diese Echokammern, die beiden Screenshots haben Ihnen zwei Phänomene gezeigt. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass zumindest für manche Menschen, gerade die sozialen Medien, eben auch die Möglichkeit bieten, Meinungen aus ganz unterschiedlichen Lagern sozusagen zu erhalten, sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren, ihr eigenes Informationsrepertoire und Set an Quellen zu verbreitern, zu diversifizieren. Also sozusagen, wenn man es unterm Strich im Moment resümieren möchte, gibt es eben im Moment noch nicht den eindeutigen Beleg für und wieder die Existenz dieser Echokammern, beziehungsweise man muss es eigentlich genauer sagen, es kommt eben tatsächlich auf konkrete Einzelfälle, auf konkrete Themen, Gruppierungen oder auch konkrete Plattformen an. Drittes und letztes Organisationsprinzip, die Konvergenz, und zwar Konvergenz hier nicht im technischen Sinne, sondern Konvergenz von Kommunikationsmodi. Was meine ich damit? Es gibt unterschiedliche Modi, in denen Menschen kommunizieren, in denen auch in Medien kommuniziert wird. Der eine ganz dominante Modus ist das Publizieren. Das ist das, was Journalistinnen und Journalisten tun. Sie wählen Informationen aus, bereiten sie nach bestimmten Regeln auf, auf eine bestimmte Art und Weise und verbreiten sie an ein Massenpublikum. Das ist klassisch der Modus der publizistischen Kommunikation. Es gibt den Modus der Konversation. Das ist das Gespräch, der Dialog, der Austausch, vielleicht auch der Streit. Das ist der Modus, in dem es sozusagen Rede und Gegenrede gibt. Diese Modi waren bislang, also in Zeiten vor dem Internet, ganz klar getrennt. Die klassischen Massenmedien, Rundfunk, Print, waren publizistische Medien. Konversation fand von Angesicht zu Angesicht statt, dann aber auch sowas wie den Brief, das Telefon etc. In den sozialen Medien verschwimmt das. Verschwimmen die Grenzen dazwischen. Wir haben Plattformen wie hier rechts, da habe ich mal was aus dem Bereich des Wissenschaftsjournalismus genommen. Wir haben ja die Plattform Spektrum der Wissenschaft, die ein eigenes publizistisches Angebot schafft im Bereich des Wissenschaftsjournalismus und das aber über die sozialen Medien eben auch zugänglich macht und damit sozusagen an einen Ort geht, wo Menschen mit diesen Informationen mehr anfangen, als sie nur zu lesen. Menschen können das liken, sie können es kommentieren, sie können es empfehlen, sie können es sozusagen in ihrer eigenen Netzwerke, in ihrer eigenen Beziehungsgeflechte, zu ihren Freunden, bekannten Kollegen weiter verbreiten. Wir erleben hier also bei dem Screenshot rechts auf der Facebook-Seite von Spektrum der Wissenschaft erleben wir die Konvergenz von publizistisch generierten Informationen und der Konversation. Kommen wir zum letzten Punkt, das Paradox, das Angekündigte. Wenn man die diese Bedeutung der Intermediäre oder ihre Stellung in der gegenwärtigen Medienlandschaft sozusagen von einer sehr hohen Warte betrachtet, erleben wir auf der einen Seite, dass sie ein Versprechen in sich tragen, nämlich das Versprechen des Mitmachens. Das Mitmach-Web ist so eine Floskel, die man, also ich glaube, es gibt ein Dossier auf Spiegel Online, das Mitmach-Netz, da steckt eben dieses Versprechen drin, was die Plattformen auch selber immer gerne vor sich hertragen. Du kannst mitmachen. YouTube wirbt mit Broadcast Yourself. Du selber kannst deine Stimme zu Gehör bringen. Du kannst mitmachen, du kannst mitwirken an diesen Konversationen. Du kannst selber Inhalte bereitstellen, mit anderen Teilen, etc. Du kannst und sollst auch mitbestimmen. In jüngerer Zeit ganz aktuell der Umgang mit Hate Speech, also mit Hasskommentaren oder extremistischen Inhalten. Die Betreiber sagen und sagen, ihr als Nutzerinnen und Nutzer müsst uns helfen. Ihr meldet uns, wenn ihr etwas seht, was unseren Community Guidelines widerspricht. Meldet uns, Fake-Profile, etc. Das heißt, wir können als Nutzer in gewisser Weise mitbestimmen, indem wir sagen, bestimmte Inhalte wollen wir hier auf der Plattform nicht sehen oder nicht haben. Wenn man so will, die Königsdisziplin des Mitmachens und Partizipierens, die Selbstbestimmung, die ist in den sozialen Medien schon eher selten zu finden. Vielleicht ist die Wikipedia da so die einzige größere Ausnahme, aber Selbstbestimmung im Sinne von, wir als Nutzerinnen und Nutzer können selber die Regeln setzen, wir können selber bestimmen, wie eine Plattform gestaltet ist, was mit den Daten passiert, etc. Das wissen sie alle. Das ist eher die Ausnahme, wäre schon untertrieben. Das ist de facto nicht vorgesehen. Denn, dann kommen wir zur anderen Seite des Paradox, die sozialen Medien schaffen Umgebungen, in dem das, was wir mitmachen, mitwirken, abgeerntet wird. Sie monetarisieren die Inhalte und Aktivitäten und die Daten, die wir dort bereitstellen. Man kann es zynisch oder zuspitzen, zynisch formulieren oder zuspitzen, wir Nutzerinnen und Nutzer werden ausgebeutet, wir erbringen unentgeltlich Arbeit für die Betreiber. Wir tragen zur Wertschöpfung bei. Facebook, weiß ich nicht, wie Facebook inzwischen an der Börse notiert wird. Facebook hat diesen Wert zum Gutteil nur deswegen, weil wir als Facebook-Nutzerinnen oder Facebook-Nutzer eben tagtäglich dort aktiv sind, liken, sharen, was auch immer. Es ist aber nicht so, dass wir als Facebook-Nutzer jeden Monatsersten einen Check in der Post haben. Herzlichen Dank, Sie haben im letzten Monat 20 Likes und drei Kommentare verfasst, hier sind irgendwie 17,50 Dollar oder so. Also wir werden als Nutzergemeinschaft ja nicht an diesem Wert, an diesem ökonomischen Wert irgendwie beteiligt. Wir bekommen eben den Tausch, hier ist das Werkzeug, hier ist die Plattform, hier ist sozusagen die Infrastruktur. Du musst nichts dafür zahlen, wobei das ja auch schon wieder falsch ist, weil wir zahlen eben mit Aufmerksamkeit und Daten. Also es ist letztlich ein interessanter Tausch, der da stattfindet. Ob der fair ist, wäre dann sozusagen die Anschlussfrage, die wir dann vielleicht in der Diskussion vertiefen können. Also das wäre vielleicht noch nicht problematisch, wenn man sagen könnte, naja gut, es ist ja, wenn ich nicht will, dann mache ich es halt nicht. Die Möglichkeit haben wir natürlich und das ist auch das, was uns die Betreiber dann gerne vorhalten. Wenn du nicht einverstanden bist mit der Änderung der AGB, dann höre auf, unseren Dienst zu nutzen. Aber zum einen ist das für bestimmte Personengruppen gar nicht so leicht möglich. Also wenn ich mich sozusagen in den, in irgendwie einen 15-jährigen Teenager reinversetze, wo die gesamte Clique auf, sagen wir mal, bei WhatsApp ist, dann fällt es mir schon schwer zu sagen, nee, ich nutze das nicht, weil ich nicht möchte, dass da meine Daten ausgewertet werden. Dann bin ich dann, dann bin ich exkludiert. Dann bin ich eben nicht Teil der, meiner Peergroup. Mit den anderen Plattformen ist es ähnlich. Also Exit, das Rausziehen ist für viele Menschen vielleicht gar nicht unbedingt eine realistische Option oder überhaupt möglich oder wenn es möglich ist, dann auf, sozusagen mit hohen sozialen Folgekosten. Und selbst wenn man sich entscheidet, rauszugehen aus der Plattform, ist die Arbeit, die man vielleicht in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren in sein Profil, in all das, was man dort eingestellt hat, die Arbeit ist futsch. Man kann ja nicht einfach sagen, so ich mache mal ein Backup von meinem Facebook-Profil und ziehe um zu Plattform XY und importiere das sozusagen dort rein. Die Plattform, die Intermediäre fungieren in der Hinsicht als Silos, als Datensilos, wo oben sozusagen unsere Aktivitäten reinkommen, aber unten wir das nicht rausziehen können, sondern es wird eben von den Betreibern kontrolliert und sozusagen für die eigenen Zwecke ausgewertet, aber wir selber haben dann in dem Sinne die Kontrolle darüber verloren. Und das ist das Paradox dieses Mitmachnetzes. Auf der einen Seite bietet es uns unstrittig ganz viele Möglichkeiten des Mitmachens, auch im Bereich des Informationsverhaltens, der Meinungsäußerung und Meinungsbildung zu politischen Themen. Auf der anderen Seite sind es Technologien und Infrastrukturen, die sich des Mitmachens entziehen, die sich teilweise eben auch der demokratischen Kontrolle, der Selbstbestimmung entziehen und uns als unbeeinflusbare große Moloche entgegenstehen, wo wir keinen so richtigen Zugang haben. Und uns in dem Sinne heißt nicht nur wir Nutzerinnen und Nutzer, sondern das fragen Sie mal Heiko Maas, der eben ja auch als Justizminister so seinen Kampf hat und versucht, irgendwie Ansatzpunkte zu finden, wie man dort eben bestimmte Standards zum Beispiel im Bereich der Meinungsäußerung durchsetzen kann. Ich komme zum Fazit. Was wollte ich Ihnen hier vermitteln in den 20 Minuten, die ich hatte und wo ich gar nicht weiß, ob ich länger gebraucht habe? Also ich wollte Ihnen etwas über soziale Medien als Intermediäre erzählen und zwar Intermediäre in der Hinsicht, dass soziale Medien auf jeweils eigene Art Informationsfluss auch zu gesellschaftlich relevanten Themen strukturieren und dabei unterschiedliche Areen der Internetöffentlichkeit sozusagen auf die Plattform ziehen. Ich hatte drei Organisationsprinzipien erläutert, die aus meiner Ansicht, die meiner Ansicht nach geeignet sind, um sozusagen die Intermediärsgestalt, wenn man so will, zu beschreiben, Entbündelung und Neubündelung, die Personalisierung und die Konvergenz von Konversation und Publikation. Und ich hatte am Ende nochmal die etwas übergeordnete, sozusagen große Machtfrage gestellt, wenn die Intermediäre also tatsächlich zu einem sehr grundlegenden Strukturwandel von Öffentlichkeit beitragen und das tun sie meiner Ansicht nach. Und wenn dieser Strukturwandel auch im Bereich des Informationsverhaltens und der Meinungsbildung durch die Dominanz von einigen wenigen großen Anbietern gekennzeichnet ist, als Intermediäre, nicht unbedingt als Quellen von Informationen, aber als Intermediäre, dann sehe ich das durchaus als problematisch an. Also mein Gegenmodell wäre eben etwas dezentraleres. Das offene Netz, wie es in den Anfängen des Netzes eben angelegt war, das haben wir in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten 20 Jahren erlebt, das offene Netz ist auf dem Rückzug. Das betrifft nicht nur das Thema heute, das betrifft auch andere Bereiche. Man könnte über Amazon zum Beispiel auch sprechen oder über die Rolle von Apple auch auf dem insgesamt auf dem digitalen Markt. Aber das ist, glaube ich, man sind da, ist jetzt bei einer sehr ganz, sehr grundsätzlichen Frage, die also das Problem der Macht, der Kontrolle und letztlich auch der gesellschaftlichen Partizipation aufwirft. Die Fragen sind meines Erachtens drängender denn je. Und ich freue mich, wenn wir das heute zumindest ansatzweise noch diskutieren können. Herzlichen Dank. Dankeschön, Jan-Henrik Schmidt. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Kurze Zwischenfrage noch mal zu diesen Filter-Bubbles und den Echo-Kammern vor Internet und soziale Medien und mit Machweb und so weiter war das, also ich meine, FAZ lesen und DNF hören und niemals in die Bild gucken und niemals RTL schauen. Das ist auch eine Filterblase und die jetzigen sind dann zumindest ja durch mehr gespeist meistens. Durch mehr, also mehr Medienfetzen zumindest. Genau, also zunächst mal, also prinzipiell ja, zumindest besteht die Möglichkeit, wenn ich das möchte, dass ich mich sehr, sehr viel vielfältiger informieren kann und mir eben auch tatsächlich, es für mich auch leichter ist, jetzt bleiben wir bei großen Tageszeitungen. Also ich kann jetzt eben vielleicht mit weniger Kosten als noch zu Printzeiten die FAZ und die Taz und dann vielleicht noch irgendwie die NZZ und noch irgendeine US-amerikanische Qualitätszeitung lesen. Das war mir in alten Zeiten, wäre es auch gegangen, aber war eben aufwendiger. Definitiv sozusagen eine viel, auf der grundlegenden Ebene vielfältigere Informationslandschaft. Ob das auf der Ebene dann oder letztlich an dem Punkt, wo es um den einzelnen Rezipienten geht, auch wirklich zu einer vielfältigeren, im Englischen ist es Informational Diet, ist dann so der Begriff, also zu einer Informationsdiät, das klingt so komisch. Also ob das, was ich nachher als Menü auf dem Tisch habe, um in kulinarischen Bildern zu bleiben, das habe, ob das wirklich vielfältiger ist, ob das dann doch ein Einheitsbrei ist, das ist eine empirische Frage und da gibt es, wie ich gesagt habe, gibt es für unterschiedliche Personengruppen in unterschiedlichen Ländern eben auch unterschiedliche Antworten. Es ist aber eben nicht zwangsläufig so, dass Vielfalt auf der Angebotsseite eben auch zu Vielfalt auf der Nutzerseite führt. Konkrete Fragen zu den Intermediären? Wenn ich auch unkonkrete Fragen stellen, dann antworte ich unkonkret. Ja, nur ich will ja die unkonkreten Fragen immer verschieben, weil wir hinterher doch mal, weil Sie auf dem Podium haben, am Schluss, genau deswegen jetzt, ja, Herr Arez, sprechen Sie doch einfach so, ich weiß überhaupt gar nicht. Ist es schlimm, kam gerade schon zur Sprache, Sie hatten es auch erwähnt, es gibt auch in privaten Räumen, in sozialen Räumen, man sucht sich Gleichgesinnte, also würde ich sagen, wenn das nicht so eine geschlossene, wenn ich sage, das ist meine einzige Quelle, ich halte mich nur noch da auf, ist es auch okay, wenn man sagt, das ist meine, das Umfeld, mit dem ich mich gern beschäftige. Die Frage ist nur, ist es vielleicht so, dass die Medien uns eingeschlossen, ich komme von NTV, im Zweifelsfall viele dieser Öffentlichkeiten, die bei Facebook als Beispiel geschaffen werden, überbewerten. Weil wir, Sie hatten es in dem Beispiel von Pegida, auch in der Grafik deutlich, die Anzahl der Kommentatoren blieb relativ gleich, aber den Bass, den sie erzeugt haben, also die Scherzen so, nahmen rapide zu im Herbst und alle Medien haben eigentlich dazu beigetragen, das als eine große Öffentlichkeit wiederzuspiegeln, die im Zweifelsfall gar nicht da war. Gleich ist jetzt bei Twitter immer die berühmten Shitstorm über, guckt man rein, es gab 400 Leute, die haben sich gegenseitig retweetet ohne Ende, dann gab es irgendwie am Ende 40.000 Tweets dazu, aber dahinter stehen 400 Menschen. Wenn 400 Leute hier auf dem Alex demonstrieren, da gucken wir aus dem Fenster, lächeln müde und machen weiter. Also ich glaube, dass die Medien, dass die den öffentlichen Raum, der in den intermediären Sozialmedien stattfindet, tatsächlich überschätzen. Da würde ich nicht widersprechen, das tun aber nicht nur die, tun nicht nur sozusagen die publizistischen Medien, das tun wir normale Nutzer möglicherweise auch, weil die, die sich daran nicht beteiligen, die dort nicht dabei sind, die vielleicht auch eine andere Meinung haben, aber sich aus welchen Gründen auch immer dort nicht äußern, die werden für uns ja nicht sichtbar und das ist eine, das ist ein strukturelles Dilemma, das war auch in den, sozusagen in den Offline-Medien so, ich, also sozusagen ich nehme Realität der Massenmedien, ich habe das, was ich als Realität wahrnehme, außerhalb meines eigenen Sinnesraumes, habe ich durch die Massenmedien erfahren und was dort nicht zur Sprache kam, habe ich nicht gesehen, was in den Sozialmedien für mich rausgefiltert wird oder wer sich nicht zu Wort meldet, bleibt für mich unsichtbar und das ist ein, also das ist definitiv ein Element dieser, dieser ganzen Problematik, die ich auch, um den Einstieg Ihrer Frage auch nochmal aufzugreifen, die eben auch nicht brandneu ist, das haben Sie völlig recht und in manchen, in mancherlei Hinsicht würden wir auch sagen, es ist durchaus gut, dass es Räume gibt, wo Menschen sich sozusagen unter sich austauschen können. Man kann da über marginalisierte Gruppen denken, die sich vielleicht organisieren wollen, die erst mal sozusagen zusammenfinden wollen, die sich dann auch erst mal wechselseitig in ihrer Haltung oder Identität bestärken. Das kann auch sein, dass Menschen sagen, ja, wir wollen da jetzt einfach einen kleineren geschützten Raum haben. Die Frage ist eben letztlich auch, welches Modell von gesellschaftlicher Öffentlichkeit uns vorschwebt und an welcher Stelle uns eben an Vielfalt, auch an Vielfalt von Positionen und Argumenten gelegen ist. Aber das ist, glaube ich, das müsste man eben jetzt nochmal, da bräuchte man nochmal 20 Minuten, um das auszubuchstabieren.